guck bei mir ist gut gemacht ich habe mich einfach jetzt gesagt dazu einfach mal nichts gesagt dazu einfach mal nichts verknallt mir einfach das kommentar für diese kacke was du gerade abgezogen hast ich opfer mich jetzt die per mann wieder zurück gehen da kommt er wieder er müsste diesen bomb um los was ich jetzt machen dringend nicht um ich spiel weiter ich habe jetzt richtig alles richtig ich habe euch so weit gebracht die fresse aber auch so riesen aufgabe wäre das ist geschafft gut so drei versuch egal da hinten du hast zwei r2 der bob ums und koopas das ist nicht so was habe ich damit zu tun weiß ich habe mich aber allen besser bei allen hier alle spiele eine fantasy die ich gespielt habe und ich kenne du sagst aber alle spiele da muss das bisschen definieren hier die sanft und das war trotzdem sagt bei mir besser aus guck das ist gilt wenn ich jetzt warum man warum nicht haben gibt ja da ist aber die du glück war das ist mein unterschied zwischen dem gamer oder pro gamer ja also ich bin der progamer und du bist die diese kommt darüber ich wusste es kein schwarz ich muss das ist was wir haben nur zwei lege endlich jetzt mache ich mal jetzt hast du das rote sind doch geplant ich kann mich dafür hauen ich kann mich dafür hauen es hat was kriegen ich bin jetzt noch mal ich bin jetzt noch mal stimmt okay ich bin jetzt richtig ja die fresse dass ein so glück das eingeschossen hat im endeffekt sind ja eigentlich gleich nur du spielst anders als ich bisschen töten ist ich bin anders bisschen kamille kamille kamilte 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 nein okay ich bin jetzt richtig ruhig mal das sagst du dass das davor gesagt da bist du dann bin ich mir aber jetzt noch mal ein bau ohne arme und doch mal ja aber es ist eine bombe na und okay ich bin dagegen ein bau ist etwas gestorben aber trotzdem ich bin jetzt ernst ja ja man sieht man sieht die fortschritte hast gesehen ja jetzt musst du das jetzt hinbekommen ja guck doch heute mal ja man sieht es hat er hatte bei den nächsten versuche ich habe schon jetzt richtig ich höre weil es ja auch so richtig simpel nein doch wenn du jetzt ich habe keine angst habe keine angst und was jetzt jetzt muss ich die bombe richtig platzieren dafür trotzdem ist eine bombe getippt je komisch gemacht aber guck mal ja wir haben schon mann kaputt man kann eigentlich hoch egal das gewonnen so wie wir schalten man sagt muss erst mal deine eigene aussage lang wie kann man sie ernst nehmen ich weiß nicht wie kommt denn ich muss jetzt kommt man kuhl mit so ich habe gesagt ich glaube dieser part ist so krass ich habe gesagt ich habe beruhig dich beruhig dich du bekommst später deine cola beruhig dich ich habe gewonnen warte mal wenn du jetzt stirbst haben wir dann gespeichert wieso platzieren wir mal ein kumba am anfang wegen die profit das ist die größte sanke soll wird nur das münze oder so nach unten geht an ein ja schon jetzt hallo da kommt schon ja wollte ich ganz sagen er ist die große die dacht also die dacht nicht und also die worte ist hoffen ihren kopf springen auf sein warum was ich glaube ich bin zu gehen ja lass die zeit erlaubt aus dem zeit werden wir alle zentren ich glaube geht aber schnell gucken hallo mal wie heute schon das jetzt sieht das nix mehr ich denke mal wollen so schön wettel sein so giftig ist was sieht er aus wie cola irgendwo da rein kannst du nicht ja okay das ist easy ich glaube ich habe noch irgendwie mal weiß nicht letzte zeit dafür war die plant ja ich glaube ich kann man echt was ich glaube dass ich so ernst das ist ernst ich sag dir ich kann liegen nein daran steckt egal wir wissen dann wo das ist wir müssen sowieso ein speck alles holen deswegen schadet ihr nicht und das ziel erreicht ein bisschen sterben achst du da bist rausgekommen ja ja mehr kommt der bus zu kommen das ist das spiel jetzt und über ruhig dich was alles ein ganz ich habe ein glück ich muss auch richtig weh tun dass du zwischen drei beine gelandet ja ich weiß nicht schlimm ist nicht schlimm ich weiß dass du es denkst egal jetzt warum die riesen pelz Prozent 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 und Stumpf im Kopf die Kinder zurückgehen wenn du in die sicherlich dass du sie fragt mich einfach nicht anstatt Prozent und hier die Treffer durch auf der Welt da wurde dritt uns durch hier abwarten Prozent guck steigern Mann man traut den kind bringt mich zur weiß und hier ich klinge wie deutsche fuchsteufels doch mal wer da noch mal da brauchst du mir jetzt schon leid war du hast einen riesen gang du hast du schon dein handy ausgemacht oder stumm geschaltet oder nein ich weiß nicht und ich glaube hier nicht anlass erst mal schön und er mich rufen ich trau mich nicht wieder zurück ja komm wird sie ist tot ich will ich mich ernst ist klar denn dann wirklich wenn ich mal nicht mal dass wir ein bisschen weiter kommen hier da war ein pinz ich weiß hier war es in welches meinte auch den ort dein erzeug Verdammt! Komm zurück! Nein! Du wolltest doch zurück! Wir haben ihn gespeichert. Ich weiß, Game Over. Ich glaube, wir haben den Riesenpilz gar nicht mehr. Wir haben den, bevor wir das gemacht haben, gespeichert. Ach so! Was bekomme ich hier eigentlich? Der Witz ist so schlecht, das ist dann wieder witzig. 3 ich bleibe bei 5 ok das ist ein baum sondern da ist ein baum und das ist schon viel das sind schon fünf das ist schon acht glück und ja die will ich nicht nein die will ich nicht die will ich und hier soll drei zu leben und glück soll jemand bin ich gut nicht doch jetzt geht es los ich scheiße schaffe ich mich lassen ich habe ich mit 13 von spaß und das ist so ist die spielte er ist wirklich gekommen so ist es mir kommt nicht zu der gut aus deinem erzfreund ich weiß nur die verarschen nicht zu sehr hatte nicht vergessen die ausrüstung so warte ich mir jetzt cool okay darüber sprechen so stirbst ja ja komm ich bringe rüber los sind wir gekommen wenn sie meinen abkürzungen muss warten nein sage ich dort muss warten ich war ja ich muss nicht da warten so kann ich darunter ja kannst du da war eine münze schnell raus richtig angst das war richtig klar wer hat sich fast getroffen ich bin jetzt nicht mal rüber ich dachte kannst du es okay hier hier schon die zwei münzen wo die zwei münzen du musst du musst die mann was ich gesagt habe du musst es das ja muss ich aber jetzt hat sie zu sehen oder drei münzen los glück muss damit auch haben muss der glück muss damit auch haben ich weiß es ist es wird ich bringe immer wunder raus ich kann ich will noch übrigen willst du nicht machen hey willst du auch nicht machen hey willst du auch nicht machen du hörst dass ich nur sterbe nein, doch hast du nur für dich inszeniert nur für dich allein halt, ich muss es okay, okay, bleiben wir du musst ja nicht stehen bleiben ich guck' ihn gerne zu du musst ja nicht stehen du musst ja ich denken ich können auch über ihm ja klar, warum nicht ich glaube doch nicht du besseres zu tun ne ich hab ihn nicht geflecht hier hey dass du weißt dass das mit dem das kommt darunter doch und so ich bin ein bisschen weitergekommen ich war unten ich bin jetzt in der herder pilze hier hast du bock auf das super mario 64 gts ich könnte es als let's play machen damit wir ein weiteres projekt und sehr sehr lange beschäftigen würden willst du reichlich überlegen erstmal das durchgezogen mal 64 okay da kannst du auf der ist ja auch gut das mit dem das mit dem war nicht geplant das heißt nein war es nicht er hat es nur für dich in die warte ich nehme ich immer noch dafür wie ich das ist natürlich auch die erste stelle ich wollte ernst schuldig aber ich davor gar nicht hin zu machen ich weiß stirbst du jetzt aber das war knapp sogar gar nicht knapp den verliere ich jetzt nicht sehen wir ok ok also ich versuche jetzt wirklich nur das eine lücke ok wie wird es rüber ich bin ich nicht drauf gekommen ich habe ich mache nur lustig macht ich habe gedacht ich muss jetzt ich muss das jetzt zu stürzen ich habe so wenig platz hat gefehlt bis zum hatte wer stärker hast du das simpel nein doch das ist nicht so leicht wie es aussieht doch siehst du machst das wäre ich eigentlich auf die fahne gut für die fahne stimmt was weiß ich so achst in den armen manche du hund riesenpilz das war die passende der riesen jetzt der riesenpilz ist einfach nutzen würde stürz auf uns nehmen und also es ist ja gut gemacht ich habe gesagt dass du in die laube springen wirst hast du die sommer dran kommt kann ich komme schon ich kann das nicht mehr hol ist hier doch verdammt okay aber geht so ich habe ein bisschen stimmig ein bisschen demig angestellt so in die labber schlimmste ja ich habe ich habe ein kleines kinder ist es dann warte kombat jetzt man erzeugt ich hätte es nicht und kann ich das ging nicht ich werde gestorben ich schaue auf alles wir hatten ein riesenpitz wir hatten ein riesenpitz nein nein du hast es so früh eingesetzt du hast mir keine zeit gelassen nein du dummkopf du dummkopf ich schaue alles so ein spiel warte habe ich das noch ich schaue dich ich schaue auf alles ich schaue das war deine schuld das war deine schuld das war deine schuld das unsere beine zeit endgültig dass man deine ich verstehe warum steht so was habe ich machen denn ich habe auch gerade bis zu drückt ja ich guck aber was ist dass sie das drücke halt die fresse dann zu einem hund holz holz kann ich doch nicht ich kann nicht dafür echt hauen war es nicht schlimm ist es schlimm warum wir eine progamer der irgendwie beim gumbo stirbt hallo was hast du gerade die wir uns haben die ohnehin seit die freundlichen nein das ist also was anderes das war alle gegen davor zu sterben ist was macht natürlich aber gegen das stamm ist unnatürlich ich weiß ja ja ich habe es noch mal ich weiß nicht noch mal ich habe gehört leute mein gumbo zu stemmen ist unnatürlich wer ist einfach ein gumbo gestoppt aber du warst ein riesen gumbo da und das noch schlimmer okay stimmt eigentlich okay ja also dann ist ich ehrlich bin auch so ich habe mich jetzt alles aufwarte habe ich ein riesenpilz traurig alles auf doch 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 ich muss alles versuchen was das ist riesenpilz die stelle muss mir noch mal angucken ich glaube ich mache mir so und so anmerkung das war's dann dann da war ich mir doch mal dem ersten bauch für ihn fähig du hast keinen hihihi 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 das ist was für die angefangen dass du das mit meinem weg hihihi 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 Nein, ey, kein Spaß mehr, ich gewinne jetzt, mir egal, nein, sei leise, ich spiele jetzt ernst, sei ernst. Ich lache erst später, okay, nachdem ich gewonnen habe. Lüsen-Gumbo. Sei leise. Nein, nein, ernst, ernst, warte, komm, mach, die Stelle muss man mir angucken, ich schaue auf alles, ich mache wirklich Anmerkungen. Wenn du Anmerkungen machst, ey, ich, was machst du? Möchchen, möchchen, möchchen. Willst du mit dir abonnieren, oder was? Möchchen, 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 möchchen. Warte, mach Start. Warte, warte, erst mal Start. Okay.